Heilige Scheiße. Wie gesagt, willkommen zu Hause. Okay, wir haben sie abgehängt. Kürzen wir durch den Garten ab. Wir haben sie abgehängt. Konto, ein Anzug. So, freindliche Ziegelung eröffnet. Verfügen Sie sich unseren Druck. Allerwärtschaffen. Eine Oberfläche. Wir haben alle Schmerzen. Das ist ein Schmerzen. Da kommt der Schützer! Klappe halten! Der Einsen zerstört! Den sollte vielleicht mitzählen! Der Schild ist unten! Der Schild ist unten! Der Schild ist unten! Der Schützer erledigt! Alle Mann durch das Gewächshaus! Dad, wo zum Teufel wollen wir hin? Zur Scheune. Und wo ist die? Am anderen Ende des Grundstücks. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Papsi! Hey, Landungsschiff! Scheiße, die machen mir noch die scheiß Tomaten kaputt! Der Schild ist initiiert! Noch ein Kondor! Was habt ihr denn verbrochen? Witzige Geschichte, Seth! Wir haben keine Ahnung! 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 Die wir erledigt! Das ist super! Das ist super! Der Schild ist ein Kondor! Der Schild ist ein Kondor! Das ist eine Granate! Die Grenzen zu verstören! Unrechtmäßige Bürger geraubt. Kippt das! Na los, in Bewegung bleiben. Schau mater! Deocchio, alle bergenden Conduiden. Die Strecke ist ein Strecke. Die Strecke ist zu retten. Die Strecke ist ein Strecke. Das ist ein Strecke. Die kann ich gut gebrauchen. Folgt einfach dem Weg. Da kommt eine Sturmfront auf uns zu. Alle zurück ins Gewächshaus. Sofort. Nein, das Lager bietet besseren Schutz. Wir sind fast da. Okay, alle rein da. Ich brauche hier Hilfe. Oh, Scheiße! Landungskapsel! Deckung! Ich bin in die Friedensschifflein im Einsatz. Ich bin in die Welt dran. Ich bin in die Welt dran. Ich brauche dich zu dir. Ich bin in die Welt dran. Ich bin in die Welt dran. Der Schild ist unten! Schießt auf den Schild! Vorrücken um jeder! Noch ein großer D-Sie! Der Schild ist unten! Der Schild ist unten! Verfehlt! Hügel Sie sich unter und hoch! Verlassen Sie das auf der Schild! Der Schild ist unten! Rade nach! Hand es! Der Schild ist unten! Zerstört den Schild! Der Schild ist unten! Der Schild ist unten! Der Schild ist unten! Das waren alle! Erst meine Tomaten und dann das! Dad, die Sturmfront lässt nicht nach! Wir müssen los! Nein! Wir verschanzen uns hier! Wir haren aus! Aber ist diese Bude nicht etwas zu... ...hölzern? Die hält! Bist du dir da echt sicher? Die hält! Scheiße! Kondor im Anflug! Und der Kondor! Der Kondor! Ich will nichts hören! Die Stimmung! Zeit, zu gehen! Abziehen! Findet mal jemand! Wow. Kommt, Shara. Hap sie! Diese Dinger sind echt unheimlich. Früher waren DBs noch bessere Robots. Ich hab sie gewarnt, als die Hirten in Betrieb genommen wurden. Hat nichts gebracht. Achtung! Mehr DBs! Der Schild ist unheimlich. Verdammt! Sie ist auf dem Schiff! Ja, verdammt! Einheit legt nach! Fügen Sie sich unter dem Vorwurf! Einheit legt nach! Werfe Granate! Das ist das! Ein Schafschutz der Bedinger! Noch ein Boss zerstört! Du bist gesächtert! Die Folge ist zerstört! Komm schon! Dann kommen Sie sich unter dem Schiff! Was, er geht es? Das ist ein Tor zu Hilden! Geist ein, Reise! Geist ein, Reise! Geist ein, Reise! Gut, Position! Geist ein, Reise! Das tut mir leid! Wie viele dieser Bots hat Jinn eigentlich noch? Willst du das wirklich wissen? Tausende! Das wird eine lange Nacht. Kommt nicht. Seht ihr die Windmühle? Das ist unser Ziel. Ich dachte, wir gehen zu einer Scheune. Tun wir auch, die Windmühle ist gleich daneben. Ich kann die doch nicht verkommen lassen. Ist das dein Familienanwesen, Marcus? Nein, gehörte der Familie meiner verstorbenen Frau. Mom hat es ihr geliebt. Ich bin froh, dass sie es nie so sehen musste. Da bist du nicht allein. Kommt schon, wir sind fast da. Hatte fast vergessen, wie groß das hier ist. Tja, naja, es wird mit jeder Sekunde kleiner. Hey, was war das? Kestrel! Hast du Spaß, James? Klar, wieso? Du etwa nicht? Oh, es ist immer schön, dich wieder zu sehen. Sind die beiden immer so? Hm, normalerweise schreien sie mehr. Leute, da kommen Verfolger! Die nächste! Ein toter Verfolger! So wird's gemacht. Ein Tod nach Verfolger. Noch ein Landungsschiff. Die Kriegenschiff nach Aktivität. Da, ein Toaster! Ich wurde rumgehauen. Hälst sie hoch! Halt sie hoch! Das ist doch die Fehl. Die Gewahrsamnahme hat ein Geheimdienst. Das ist doch ein toter Hürde! Das muss reichen. Das muss reichen. Die Kriegschiff hat ein Geheimdienst. Sie werden mit dem Kesterl arbeiten. Die Kriegschiff hat einen Geheimdienst. Ich kann ihn doch nicht verkommen lassen. Knallt es ab! Sehr gut, ein Wirkungstreffer! Super! Und den Kestrel runter! Ah! Scheiße! Sie ist verletzt, aber noch lebendig! Sie sind blabber, die Räume zu schützen. Sie sind blabber! 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 Kestrel erledigt. Wir müssen weiter zu der Scheune. Was ist in der Scheune, Dad? Ein paar Mules. Was? Oh, das wird ein Spaß. Leute, da kommt noch eine Sturmfront. Schon wieder? Durch diese Schlucht. Zwischen uns und dieser Scheune gibt es nicht viel Schutz. Beeilen wir uns. Jyn hat uns umzingelt. Was jetzt? Ziehen wir das Feuer auf uns. James, welche Seite willst du? Das Feuer auf uns.